Willkommen zum dritten und vermutlich auch letzten Parts bei Crash Bandicoot in der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ja, wir haben noch zwei Level vor uns, schätze ich mal, wenn es nicht noch eine zweite Welt gibt, weil, naja, irgendwie endet es ja hier. Also mal sehen, was hier bei Hogwild so abgeht. Ich bin, was, halte ich umgedrückt, um vom Trommeln höher abzuspringen. Ähm, kann ich nicht, oh, oh, auch mal was Neues, schön, hatten wir noch nicht. Ich kann mich bewegen, hier sollte ich immer drüber springen, ja, rechts, links, rechts, ein Leben, ja, hilft mir doch jemand. Die Scheiße, ey. Oh, ups. Ach du Scheiße, Alter, das kann ja nichts werden. Das war knapp. Hä? Kann man, warum kann man über den nicht drüber springen? Mann, ich komme schon wieder mit gar nichts mehr zurecht. Da geht's klar. Halt hier rüber, hier rüber. Die Truhe mitnehmen. Mann, geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Was soll ich denn da riechen, wo, wo ich hin muss? Das ist ja Try and Error. Also hier links bleiben, auch wenn das eigentlich nicht geht. Hier rechts. Äh, ich meine, ist immer noch links gewesen. So. Und hier ist es eben nicht links, aber ich komme doch von der, hä? Schafft man doch gar nicht. Scheiße. Okay, also ein sehr interessanter Level. Kommt mir jetzt nochmal was Neues mit rein. Ja, weitere Checkpoints, sehr gut. Da muss die Scheiße, wenn ich es nicht immer nochmal machen. Hier bleibe ich da. Hier gehe ich rüber. Kiste, Kiste, Leben, Kisten. Scheiße. Verdammt. Was ist denn das? Wann da mein Wildschwein gebraten oder welches? Hier bin ich da geblieben. Hier gehe ich rüber. Kiste, 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 Kisten, Kisten. Ja. Äh. Oh. Glück gehabt. Eigentlich wäre ich der volle Bruder dagegen geflogen. Was? Das war doch voll drüber. Kannst du mir nicht erzählen. Hier da bleiben, hier rüber. Ja. Das habe ich raus. Ich muss jetzt bloß wieder alle Kisten mitnehmen, weil sonst zählt das ja wieder nicht. Hier rüber, ja. Hier drüber. Beim nächsten drunter bleiben. Hier kann man drunter durch. Jawohl. Beim nächsten eventuell auch. Ne. Wow. Jawohl. Wir haben alles geschafft. Perfekt. Der dritte Diamant. Okay, das ist in dem Level aber auch nicht sonderlich schwer. Wir haben gerade mal 20% von dem Spiel ab. Das kann nicht gar nicht sein. Hier muss es noch weiter gehen. Das kann gar nicht sein, dass das hier schon zu Ende ist. Native Fortress. Es muss noch weiter gehen. Vielleicht geht es noch in den Berg rein oder so. Es ist auf jeden Fall, denke ich, noch nicht der letzte Level. Wir werden sehen. Es sei denn, es kommt jetzt ein Boss. Dann verlierst du zu oft. Halte nach neuen Checkpoints Ausschau. Ja. Das ist schon klar. Geht das jetzt mal wieder hin und her hier? Oder wie sieht das aus? Ach du Scheiße. Ähm. Was machte der Affe nochmal? Die konnte ich auch einfach so. Ach du Scheiße. Okay, nimmt mal auch so mit. Ich dachte jetzt eigentlich, hier kommt irgendwas. Da kommt irgendwas. Uh, da kommt auch noch irgendwas. Hier ist aber ein Checkpoint. Okay. Dann kurz abwarten. Irgendwie muss ich da hochkommen. Ich muss da bestimmt irgendwie dagegen wirbeln oder so. Hat man sowas schon mal? Ich glaube nicht, oder? Warum fällt man da immer wieder runter? Ja, komm. Das muss ich wahrscheinlich gleich jetzt hier von unten gleich schon machen. Das ist praktischer. Ja. Okay, dann geht das nämlich auch. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hochkommen. Ach du Scheiße. Ja, scheiß drauf. Die Dinger brauche ich ja nicht unbedingt. Okay. Ihr haut ab. Okay. Kurz abwarten. Ich lass mal da in die Flamme reinspringen. Fuck. Jetzt muss ich da in die Clou springen. Sehe ich das richtig? Kann ich das? Ja. Ach, das ist sogar ein... Oh. Oh, pff. Ach Gott. Aber ich kann doch da gar nicht weiter ausholen. Mann. Das ist voll böse. Wie soll ich denn da weiter ausholen? Komm, geh mal weg. Was? Mann, es gibt manchmal so billige Tode, wo man... Ach Gott, ich... Warum kommentiere ich das überhaupt noch? Ähm. Game over? Jetzt muss ich auch nicht mal die ganze Scheiße von vorne... Oder doch, muss ich, ne? Mann, leck mich doch. Äh. Mann. Ja, halte nach neuen Checkpoints Ausschau. Wenn man das da aber nicht hinschafft, dann brauche ich auch nicht danach Ausschau halten. So ein Schwachsinn, alter. Das kann man doch so holen. Komm, hier. Alter. Blödes Kackvieh. Stirb bitte dran. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal bis nach da oben. Lass uns immer schon von unten holen. Das haben wir jetzt erfahren. Bzw. mitgekriegt, weil wir ja schlaue Spieler sind, die mitdenken. So. Das war ja absolut gut. Okay. Den können wir jetzt noch mitnehmen. Haben wir jetzt noch irgendwie... Okay. Ja, irgendwie, manchmal... Nichts ist. Das ist die Schnauze. Manchmal hat man irgendwie auch so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ein bisschen Pech, sag ich mal. Wenn man manchmal nah an Gegnern dran ist, dann kann man noch springen wie eben und sich retten. Aber manchmal eben auch nicht und das ist dann ein Problem. Ja, ich bringe mich ja schon selber um, Mann. Was soll das denn? Da muss nicht mal ein Gegner kommen. Und dieser komische Typ, das ist ja wohl nur wirklich keine... Äh, kein Hindernis, oder? Okay. So, hier ist es jetzt wieder gut gegangen, sag ich mal. So, hau ab. Ja, komm. So, weiter war man noch nicht. Okay. Das haben wir gerade so geschafft. Hier ist ein... Checkpoint. Ne, immerhin. Da muss ich aber da erstmal rüberkommen. Wow. Da haben wir jetzt aber absolut Schwein gehabt. Anscheinend kann der einen hier gar nicht umbringen. Hau doch ab. Alter. Ich wusste gar nicht, dass der sowas kann. So, hau ab jetzt. Wie sieht es hier aus? Ja. Hätte ich da oben drauf stehen bleiben können? Das weiß ich ja nicht. Sagt mir ja keiner, ob das geht. Hau ab. Oh. Jetzt kommst du hier wieder. Hau ab. Okay. Jetzt gibt es natürlich nichts weiter. Okay. Jetzt habe ich hier nur wenig Anlauf. Erstmal muss der scheiß Affe da weg. Und der geht sogar weg, weil er nett ist. Okay. Und hier haben wir jetzt erstmal diesen Bonus Level. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich meine, den brauchen wir zwar nicht unbedingt. Aber jetzt mal kurz eine Frage. Also ich gehe jetzt nochmal rein. Passiert was, wenn ich auf diese schwarzen Dinger da drauf mache? Oder sehe ich da nur, wo... Wo was ist oder was? Oder was sehe ich da? Nee, Moment. Das ist ja einfach nur ein bisschen Beschiss. Und jetzt muss ich im Prinzip nur noch schaffen hier. Eins, zwei, zack. Okay. Na gut. Sechs Leben haben wir jetzt. Das ist schon mal... Das ist schon mal ganz gut. So, dat hin. Dat hin. Aber musste man hier überhaupt irgendwas sammeln? Ich bin ganz schön auch vollidiot. Scheiße. Wie soll ich denn da jemals hochkommen? Wie soll ich denn da jemals hochkommen? Ähm, ähm. Ja, bleib doch oben in meine Fresse. Jetzt mach. Geh mir nicht auf den Sack. Danke. Na, warum ging das jetzt nicht vorher? Ach, scheiß drauf. Trotzdem brauch ich nicht. Ah. Wie soll ich das bitte machen? Ah, so. Was denn? Wie soll ich denn da anders rüberspringen? Hä? Da war ja gar nichts drin. Hä? Ich war auch gar nicht in der Flamme. Hä? Alter, wollt ihr mich jetzt hier noch verarschen, oder was? So, jetzt möchte ich da einmal rüberkommen, bitte. Ach, mein Gott. Ja, ich könnte mir vielleicht den Typen zu Hilfe nehmen. Okay. Kann ich ja alles verstehen. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Warum soll ich mir denn den Typen zu Hilfe nehmen? Der geht mir ja so schon auf den Sack. Da bringe ich die noch lieber um hier. So, funktioniert das doch nämlich auch. So, jetzt bitte nicht noch mal sterben. Danke. Dann will ich jetzt nochmal ein Checkpoint. Da sind sie aber wenigstens recht sozial, möchte ich meine. So, jetzt warte ich mal, ob es der scheiß Affe da drüben weg ist. Komm. Roll dich hin, fort. Kann ich hier eigentlich auch schneller laufen? Habe ich das bis jetzt noch nicht rausgefunden. Das wäre ultra peinlich, aber das könnte ich mir bei meinem Glück vorstellen. Ja, äh, wie stellt ihr euch das vor, Leute? Soll ich riechen, wann das anfängt zu flammen da? Komm, hau ab. Also hier hinten, die Stellen sind aber schon nicht mehr so schwierig wie vorhin. Ja, äh, ich denke, ich muss das timen. Gerade eben waren die doch nicht zusammen an. Ja, aber wenn ich jetzt nochmal vom Anfang anfangen muss, ja, ich raste aus. Vor allem, wenn es irgendein billiger Tod ist. Wie der jetzt gerade zum Beispiel fast. So, dann warte ich jetzt halt hier, bis die Flamme weg ist. Oder gerade so weg ist. Hä, warum habe ich das zweite Leben nicht gekriegt? Was soll das da sein? Okay. Ja, ach komm. Das ist ja lächerlich. Wieso muss ich ja im ersten Moment, wo es möglich ist, losrennen. Alter. So ungefähr muss das dann aussehen. Ich dachte, da ist schon das Ende, weil hier dieses Ding war. Ich dachte, das ist immer nur am Ende, aber da habe ich mich getäuscht. Ähm. Ähm. Leute. Ähm. Oh nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt muss ich erstens diesen Hock-Level nochmal machen. Oder? Und zweitens nochmal. Oh Gott, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Bitte nicht. Das hat es tatsächlich gespeichert, den Level hier. Wahnsinn. Ähm. Ja, dann schneide ich jetzt mal, bis ich wieder dort bin, wo wir waren. Ach Gott. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Aber ich mache es mal. So, an dem Checkpoint haben wir uns befunden. Ich sage euch, das war schon wieder eine Tortur, bis hierher zu kommen. Aber wir haben drei Leben oder so. Und ansonsten sieht es auch noch recht gut aus. So, hier gibt es ja auch noch eins, wenn wir uns gut anstellen. Genau. Und da auch noch eins. Da haben wir schon... Oh, vier erst, ne? Gut. Aber. Naja. Es sieht schon mal besser aus, als die Male davor. Da müssen wir noch rüber und dann kommt die beschissene Stelle, ne? Das hier. Da muss ich direkt los, wenn... Naja. Aber ich darf nicht hochspringen. Ich muss da direkt drüber, wahrscheinlich. Das geht auch, anscheinend. Das habe ich bis jetzt nicht ausprobiert. Ah, ich probiere es mal. Ja. Der macht das auch so. Da muss ich nichts noch drücken, zusätzlich. Dann springt er vielleicht ein bisschen, äh... Ein bisschen flacher. Wie soll ich da rüberkommen? Ist das ein Fehler vom Spiel, oder? Ne. Pendelt sich irgendwann wieder ein. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier. Aber ich kriege nicht nochmal ein Leben. Hm. Nur so ein Haufen Früchte. Die eventuell nochmal zu einem Leben werden könnten. Aber ich hoffe, dass wir es dazu nicht kommen lassen müssen. So. Ah, der macht das alles von alleine, okay. Aber wir sind drüben, okay. Immerhin das hier haben wir jetzt schon mal. Aber das ist... Die bauen auch immer dieselbe Scheiße hier ein, ne? Jetzt muss ich hier wieder... Das ist sogar noch größer, noch höher. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich... Der Boss. Wenn ich hier schon so mit Leben ausgestattet werde. Ah, gut, das habe ich absolut versaut. Ich dachte, ähm... Da kam noch eine Kiste drunter. Sonst hätte ich, äh... Hätte ich mich gleich wieder da nach drüben orientiert. Aber wenigstens haben wir sie jetzt... Haben wir jetzt diese Kisten da freigelegt. So. Wenn wir erstmal schauen, wo denn die Kisten überhaupt sind. Ja, okay. Das war... Ich bin abgerutscht vom, äh... Controller leider. Jetzt hätte ich mich eventuell nochmal da links auf die Seite retten können. Das wäre wenigstens mal... Ein, was sinnvolles gewesen. Na gut, hier fehlt jetzt zwar ein bisschen was, aber es ist mir eigentlich egal. Kommt jetzt schon der Boss? Nö. Naja, 13 ist doch noch okay. Ich weiß zwar nicht, wo die sein sollen, aber... Juckt mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil wie gesagt, äh... Ja. Und es gibt natürlich eine zweite Welt. Okay. Interessant. Ah, und so kann man hin und her. Ja, dann bis dahin und ciao. Ach ja, schaut noch bei der Nintendo Family vorbei. Ein Discord-Server ist in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt aber bis zum nächsten Mal.